So, fahr mal geradeaus. Warte, ich dirigier dich jetzt mal. Ja, bitte. Du hast gesagt geradeaus. Ja, ja, natürlich. Warte, du kannst schon anderen Autos ausweichen. Okay, ich weiche raus. Links, 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 links. Ja, hier kommen keine Autos. Ich hoffe, die Bürger steigen. Ja, 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 jetzt hier rein, rechts. Ich hab die seitlich weggekriegen, war geil. Pass auf. Ähm, jetzt hier raus. Danke. Was ist denn hier? Nee, komm mal mit. Klar. Kannst du mit dem Typen hier oben schon sprechen? Wer ist denn das? Ist der Fukushima? Nee, ist der G. Nein, kann nicht. Nein, kann nicht. Ah, das ist nämlich jetzt mein Boss. Wo sehe ich denn welches Level ich hab? Ähm, wenn du I drückst. Ah, warte, ich muss mal gerade hier ein paar Sachen aufladen. I auf Charakter. Mhm, du gehst auf I. Dann auf Charakter und dann steht da dein Rang. Rang 21 hab ich da oben stehen. 23. Bedrohungsstufe Bronze. Ich bin bedrohend. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal wieder hier in die Karre, die ich hier stehen hab. Oh. Entschuldigung, ich hab einen überfahren. Oh, das ist ein Bulle. Ich wollte einen eigentlich überfahren. Ich bin sehr gut. Oh, das ist ein Bulle. Oh. 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 Ja, dann machen wir jetzt mal die Missionen hier. Äh, Alter, ich hab ein Koffer dabei. Ja, ich muss wieder bewachen. So, ich muss auch mal den Koffer abschmeißen, ich muss mal raus. Wo wir wahrscheinlich jeden anderes Auftrag haben werden. Ja. Ich weiß nicht. Die Gegner sind schon wieder in Stufe 3, schön. Ist gut, die verteidigen. Wir sind, also ich bin in Stufe 1, oder was? Aber Rang 21, oder was? Äh, nee, du bist auch Stufe... Du bist... So, äh, nee, du bist einfach Rang 21. Passt schon. So, Stufe 1. Ja. Du hast wahrscheinlich noch nicht genug, äh, Missionen für die... Lass die Tasche einfach mal hier. Ja, besser ist das. Okay, ich tue sie in den Kofferraum, ist okay. Okay. Falls wir unser Auto wiederfinden, können wir die wieder mischen. Jep. Ah, das Graffiti sollen wir also beschützen, Alter. Ja, ich hasse das, da sind nur vier Minuten rumstehen. So, wie denn das? Ich denke, ich mag die Missionen, nicht? Ja, vor allem, ich behalte hier hinten. Einer muss vorne und einer hinten bei oberen. Ja, ich... Au, da ist einer, da ist einer. Bei mir kommt einer. Oh nein, schon wieder Juggernaut. Oh, verdammt. Hier müssen wir in der Kofferraum schnappen, ey. Ich muss überhaupt kein Geld haben. Aha, ich habe aber noch mit erwischt. Oder? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Hat Witter der Typ? Echt? Muss das sein? Bei wie vielen Leuten? Keine Ahnung, genügend. Genügend, dass der eigentlich nicht auftauchen sollte. 34. 35. Die Alte hat mich beleidigt. Entschuldigung. Das hatte ich gesehen, ja, ja. Die hat was über meine Frisur gesagt. Die hat was über deine Mama gesagt. Bitch. Ey, wieso machen die das nicht weg? Ich weiß nicht. Die wollen uns nur noch mal erschießen. Wahrscheinlich. Bein da. Ich weiß nicht, dass ich nicht weggezogen habe. Gut, da ist zumindest keiner, aber... Achso, nee, Moment. Du hast den auch erwischt, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte irgendjemand anderen erwischt. Nee, Juggernaut hatte ich... Der uns erwischt hat. Ich hätte gerne mal coole Missionen. Ja. Oder ne Leiter. Die Tür zugemacht? Nein, die geht automatisch immer so. Ah. Hinten die ist auch. Dann lasse ich das aus der Kante nach reinkochen. Dann sehen wir, was die redet. Ja. Durchgucken kann man, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan. Doch, kann man. Eieieiei, da... Oh, Vorsicht. Vorsicht, Granate. Hab sie. Ja. Frühliches... Granaten schmeiße. Ja. Hey, aber sie haben es trotzdem geschafft, oder was? Nö. Ich stehe ja noch hier. Ich bin immer ran C. Ja. Ne, meine Orientierung ist mal wieder Toastbrot. Ja. Besser als Butter. Ja, das stimmt. Äh, nach der Mission muss ich um meinen Social District. Hm? Komm, mach. Eine Minute, das sieht doch gut aus. Äh, ja, theoretisch. Äh, die haben Verstärkung angefordert. Das ist schlecht. Äh, das ist sehr schlecht. Äh. Leiser, leiser. Ah, fuck. Ja, ich bin dir vor die Flinte gelaufen. Scheiße, tut mir leid. Ja, ich bin dir vor die Flinte gelaufen. Ich war es selber schon nicht. Ja, ich weiß. Nee, mach dir nichts. Ja. Also. Ich mag Brot, ja, ja. Du hattest mich auch oft genug irgendwo in anderen Spielen meinetwegen, aber erschossen. Ja, das ist... Run-Bad hat ihn. Kann ja schon. Ähm. Aber wir gewinnen sowieso, weil die den anderen Punkt noch nicht hatten, oder? Ja. Doch, D haben sie, aber C nicht. So reicht es. Dann schaffen sie auch nicht. Wunderbar. Wunderbar. Ja, das war Rammstein, ist ja geil. Ja. So, CG, äh, Stufe 3. Ähm, so. Ich geh mein Social Dispick gleich ab. Ich bin raus. Social? Da machen.